Die Spannung steigt, das Kribbeln wird größer, Eintracht Frankfurt auf dem Weg ins DFB-Pokalfinale 2023. Die Mannschaft ist eben angekommen, 75 Minuten sind es noch bis zum Anpfiff und wir sind hier jetzt im Berliner Olympiastadion. Lars ist da, der Sportvorstand ist da, Markus Grösche. Markus, auch mit dem Stadion gefahren, viele Fans gesehen auf dem Weg dorthin. Wie war die Fahrt für dich? Ja, war schön. Du siehst ja immer, wir sind fast 30 Minuten gefahren und du hast wirklich überall immer Eintracht-Fans gesehen. Und es sind immer mehr geworden, immer mehr geworden. Von daher sind wir schon langsam vorbereitet worden, was jetzt hier gerade ist. Von daher eine super Geschichte. Wie ist der Tag generell verlaufen im Hotel? Ich meine, du bist ja ganz nah dran. Ja, war entspannt, war eine gute Stimmung, eine gute Mischung aus Lockerheit und Anspannung. Das ist ja normal, aber letztendlich ganz normal, ganz professionell. Die Jungs haben gefrühstückt, haben einen Spaziergang gemacht und haben dann noch mal Mittag gegessen. Und dann haben sie ein bisschen Zeit bekommen. Und jetzt sind wir im Stadion und jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ein gutes Stichwort. Wir blicken direkt auf die Aufstellung, die Oliver Glasner heute ins Rennen schickt. Es ist in Anführungszeichen wenig Überraschung. Kevin Trapp hinten im Tor. Die Dreierkette in Dika, Hasebe, Tutta. Links, das ist, glaube ich, der Überraschendste in der Position, beginnt Philipp Max. Wir sprechen gleich drüber, Gbisau, Roda auf den sechster Position, Buta. Und vorne dann Götze, Colomuani und Kamada. Fangen wir hinten an. Die Dreierkette, das war zu erwarten, oder? Ja, ich glaube schon, weil letztendlich ist das natürlich klar, Torea hat das super gemacht an Mami, als er jetzt gespielt hat. Aber Oliver hat sich jetzt für diese Aufstellung entschieden und von daher ist er auch nicht ganz zu überraschen. Dann linke Schiene, Philipp Max. Marc Hiddelang hat prognostiziert, dass er spielen wird. Ist er fit genug? Ja, ja, ja. Er hat letztendlich im letzten Spiel auch in Minuten schon bekommen und hat natürlich sich auch gut vorbereitet. Wenn sie aus der Verletzung kommen, dann sind sie natürlich dann auch so weit, dass sie auch direkt spielen können. Von daher ist er heute topfit. Dann ist Sebastian Rohde, der Kapitän, wieder zurück. Wie wichtig ist das für so ein Spiel heute? Extrem wichtig, weil Seppel mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität, mit seiner Ruhe einfach Struktur ins Spiel bringt. Und ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns und gerade in so einem Finale. Wir haben da auch natürlich mit den Experten darüber diskutiert. Dann hieß es, naja, Hasebe und Rode wegen des Tempos vielleicht ein Nachteil. Wir meinen Rode wegen Kampfgeist und Hasebe auch wegen Spieleröffnung und Ruhe. Muss kein Nachteil sein, im Gegenteil. Nein, überhaupt nicht, weil letztendlich beide sehr, sehr erfahren sind, selbst wenn vielleicht der eine oder andere Spieler etwas schneller ist. Aber sie machen das durch ihre Erfahrungen weg, sie haben ein gutes Stellungsspiel, lesen das Spiel auch sehr, sehr gut. Von daher ist das gar kein Nachteil. Ich habe Jesper Lindström vorne erwartet tatsächlich, wegen seinem Tempo, dass du, weil sie ja schon teilweise auch höher anpressen, hoch schieben. Für dich die Überraschung, dass trotzdem Kamano und Götze beginnt? Ne, ich meine, die Deutsche hat sie sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, dass Jesper von der Bank einfach nochmal einen großen Impact geben kann. Er hat natürlich nach seiner langen Verletzung ein bisschen Rhythmus noch nicht, den richtigen Rhythmus noch nicht. Das ist in so einem Finale natürlich extrem wichtig. Und dann kann er von der Bank kommen und dann auch heute ein entscheidendes Tor schießen. Wie erwartest du Leipziger? Ja, Leipzig ist eine gute Mannschaft, die natürlich auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen hat und die natürlich auch vorne Geschwindigkeit haben. Aber sie sind letztendlich auch im Umschaltspiel, gerade wenn wir Balleroberungen haben, sind sie auch anfällig. Und das ist letztendlich das, was wir heute machen wollen. Lass uns mal auf die Leipziger Aufstellung, wir haben sie, der wurde gerade getwittert tatsächlich, mal draufschauen, wer beginnt. Das ist zwar ohne taktische Ausrichtung, aber vielleicht können wir zu dritt das Ganze ein bisschen entschlüsseln. Also blasen sich im Tor, das ist relativ klar. Orban wird hinten in der Innenverteidigung spielen. Wahrscheinlich mit Kustermann oder Halstenberg. Einer von den beiden dann auf der linken. Dann Henrichs auf der rechten Schiene oder rechter Außenverteidigerposition. Und dann wird es wahrscheinlich das 4-2-2-2 mit Hardaira und Leimer auf der 6. Dann davor Joboschley und Olmo. Und dann ein Kumku und Werner. Ja, anhand der Aufstellung kann es schon so sein, ja, genau. Letztendlich, aber es ist auch egal, wie sie spielen, welche Formationen sie spielen. Es geht darum, heute einfach in diesen 90 Minuten oder vielleicht 120 Minuten einfach bei 100 Prozent zu sein, immer wieder sie auch zu ärgern, immer wieder auch aggressiv zu sein, immer wieder auch eklig zu sein und dann unsere Umschaltmomente, die wir haben, einfach nutzen. Und da ist es dann auch letztendlich egal, welche Formation sie spielen. Es ist dann auch wirklich, dass man sagt, man muss dem Gegner den Steit abkaufen, gerade die kämpferische. Wobei natürlich auch Leipzig dann mit Leimer einen hat, der wahrscheinlich dann auch dagegen hält. Da wird sicherlich viel passieren im Zentralbettel. Ja, klar, aber das ist natürlich auf dem Niveau, in so einem Finale hast du überall auf beiden Seiten sehr, sehr gute Mannschaften. Und wir werden heute sehen, dass wir auch immer in Situationen kommen, wo wir Tore erzielen können. Und das wollen wir natürlich heute auch machen. Da wird es natürlich auch immer mal Situationen geben, die sehr, sehr eng sind. Das ist nun mal ein enges Spiel. Es ist 50-50 in so einem Finale. Und wir wollen heute sehen, dass wir den Cup nach Frankfurt kommen. Wie bist du während so einem Finale? Bist du einer, der aus sich rausgeht, der, keine Ahnung, schimpft oder irgendwelche Wörter ruft? Oder bist du da entspannt? Entspannt in Anführungszeichen. Also entspannt ist es natürlich nicht. Klar, ich meine, letztlich ein Finale. Es ist jetzt nicht erste Runde DFB-Pokal, sondern jetzt ist das DFB-Pokal-Finale. Von daher ist es natürlich anspannend, ist ja klar. Ich kann nichts machen, letztendlich. Und da kann es auch manchmal sein, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen, dass ich grummele oder wie auch immer. Aber ich versuche mich immer zu beherrschen. Siehst du vielleicht schon parallel, so wie, was du letztes Jahr in Sevilla gemacht hast? Was du mit deiner Tagesroutine? Ja, es war ähnlich, ja. Es war ähnlich, muss man wirklich sagen. Ich bin eigentlich nicht so abergläubisch, aber es war ähnlich. Da kommt der Fußballer dann aus dem Haus. Markus, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wünschen dir einen grandiosen Finale und am Ende den nächsten Titel. Danke. Dankeschön, dass du da warst. Sehen wir uns am Segeldebüro. Dankeschön. So, also das war unser Sportvorstand Markus Kröschel. Wir blicken mal, was heute Mittag passiert ist. Am Breitscheidplatz, da haben sich die Fans versammelt und da hat die Luft richtig gebrannt. Ja, wir sind am Breitscheidplatz in Berlin und es ist, haben wir Stimmung, alle Eintrachtler sind da und ich freue mich zum ersten Mal dabei zu sein. Ich bin schon seit Fans, seit ich 15 Jahre alt war und jetzt, ja, das erste Mal in Berlin bin dabei, herrlich. Ja, es ist eine gute Stimmung heute, sieht sehr gut aus, es sind sehr viele Fans dabei. Unser Ziel war eigentlich Richtung Bino zu laufen, aber irgendwie kommen wir nicht voran hier. Ich denke, wenn alles gut läuft, sind wir in zwei Stunden da. Was tippen Sie heute für das Spiel? 9 zu 7 für uns. Ich glaube 3 zu 1. Ich tippe eine Verlängerung und danach in den Meta schießen und danach gewinnt natürlich Frankfurt. Na, auf den Sieg für die Eintracht, egal wie. Wie gut, dass wir nicht in der Not sind, Suchetickets, Biete Körper sagen zu müssen. Das wäre eine schwierige Suche. Das stimmt, ja. Also bei mir schwieriger als bei dir, muss man sagen. Ne, sehr gut. Also, muss man sagen, sehr gutes Schild. Also, wenn der kein Ticket mehr bekommt, dann weiß ich nicht. Die Stadt ist voll, 184.000 Kartenanfragen gab es für dieses DFB-Pokalfinale. Noch nie so viele in der Geschichte dieses Finals und es ist immerhin schon das 80. Wir schätzen, Axel Herrmann hat es heute Vormittag bei uns in der Matchday-Show gesagt, mit 60.000 Frankfurtern in der Stadt. Und wenn wir es dann runterbrechen, glauben wir an 40 hier im Stadion? Ja, doch, das denke ich schon. Schon. Sieht auch schon an, wenn man so ein bisschen rumblickt, sieht es auch schon ganz gut aus. Und es sind noch nicht alle da. Wir schauen mal vor das Stadion. Und da ist Alina Friedrich und die ist mittendrin im Getümmel. Ja, ihr Lieben, die Stimmung hier vorne, die ist richtig, richtig gut. Ich stehe jetzt vor dem Stadion in dem Bereich, wo unsere Eintracht-Fans sich aufhalten. Und es sind richtig viele. Am Anfang hat es ein bisschen überfordert. Man hat überhaupt gar keinen Überblick mehr. Man hat überhaupt keinen Überblick mehr, wer wo steht. Man würde hier auch, glaube ich, niemanden mehr finden. Aber ich habe den Jakob angetroffen. Der Jakob ist Eintracht-Fan. Grüß dich, Jakob, genau, erstmal. Wann bist du denn angereist? Wir sind heute früh aus Gelnhausen angereist. Um sechs Uhr sind wir gestartet und sind gut durchgekommen. Und du bist schon Eintracht-Fan. Wie lange? Seit dem Relegationsspiel gegen Saarbrücken. Hast du den Fanmarsch zufällig vorhin mitgemacht? Ich bin mitgelaufen. Wie war es? Ja, schön. Also mein erster Fanmarsch in Barcelona habe ich leider verpasst wegen Corona. Aber jetzt bin ich froh, endlich dabei zu sein. Und zum Schluss nochmal die Frage aller Fragen. Warst du 2018 auch schon mit dabei? Ja, ich war 2018 auch dabei mit meinem Freund. Und es war also von jeder Sekunde an mega spannend. Und ich hoffe natürlich auf das selbe Ergebnis heute Abend. Das wäre meine nächste und letzte Frage gewesen an dich, Jakob. Was tippst du? Ja, von meinem Herzen hoffe ich natürlich auf einen 3-1-Sieg. Am besten läuft der Kolo auch ganz allein aufs Torz und wir rennen alle. Und ja, das wäre natürlich mein Traum. Also wir drücken die Daumen. Vielen lieben Dank, dass du da warst und ganz, ganz viel Spaß im Stadion für dich. Frankfurt! Also so viel von Jakob, unserem Eintracht-Fan. Und wir geben in diesem Sinne auch wieder zurück zu euch ins Stadion. Wir sammeln hier nochmal so ein bisschen die Stimmung und gleich geht es dann rein. Ja, sieh zu, Alina, nicht, dass du den Anpfiff verpasst. Vielen Dank, Jakob und Alina. Ja, wir sind jetzt, kommen, nähern uns langsam dem Ende. Für uns gibt es noch Hinweise. 19.30 Uhr ist natürlich ein Auftritt von Tankard hier vor der, in Anführungszeichen, Nordwestkurve. Das ist natürlich die Berliner Heimtribüne. Und dann, ja, dann sind wir schon ganz nah am Anpfiff. Dann gibt es noch Eintracht-Fan oder Twitch, also was ihr haben wollt, entweder mit Nico Heimer, das ist der erst bei Twitch, oder wir beide bei Eintracht-Fan. Ich besorge mir noch einen. Genau, Lars besorge mir ein schwarzes T-Shirt, unbedingt. Weil, also schwarz oder oberkörperfrei ist die Option. Und ich nehme dann doch lieber die schwarze. Ja, wir zeigen, genau, wir glücken einfach nochmal rein. Alcestin jetzt momentan ist ein bisschen schwarz-weiß, aber ich nehme dann doch lieber das schwarze Shirt. Ich glaube auch, das ist dann sehr größer auf der Fresse drüber. Okay, das war's. Also, wir sehen und hören uns später. Viel Spaß und Daumen drücken. Eintracht Frankfurt im Pokalfinale. Ihr wisst Bescheid.